Paw Patrol zur Zentrale Wir haben einen Anruf von Herrn Pfeffer erhalten. Er will an der Blumenschau von der Abenteuerbucht teilnehmen. Die Blume, die er sucht, wächst aber nur auf der Vulkaninsel. Sky sollte die Blume ganz einfach aus der Luft sichten können. Sobald wir die Blume gefunden haben, kann Chase seine Geheimspiel- und Saugnäpfe einsetzen, um sie zu pflücken. Rubble kann seinen Bagger einsetzen, um den Weg für Geheimspiel und Chase zu räumen. Paw Patrol, lasst uns Herrn Pfeffer helfen. Sky! Superspion Chase! Rubble! Sky! Alles klar, Paw Patrol. Wir suchen nach einer seltenen Blume, die Herr Pfeffer für seine Teilnahme an der Blumenschau benötigt. Hilf Sky, durch den Himmel zu fliegen und herauszufinden, wo diese Blume wächst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in... Gute Arbeit! Wir sind fast da! Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen möchtest. Gut gemacht! Herr Pfeffer braucht unsere Hilfe, um die seltene Blume zu finden, die auf der Vulkaninsel wächst. Lass uns weitersuchen! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weiterbringt. Hilf, Sky! Sie muss fliegen! Gute Arbeit! Gut gemacht! Du hast die Leckerlis gefunden! Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Mal sehen, ob du alle finden kannst! Fantastisch! Du hast es geschafft! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck! Finde alle möglichen Leckerlis! Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden! Sammle alle goldenen Pfotenabdruck! Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst! Du hast es geschafft! Und zwar das lange, die Du проvertretung! Und zwar das ganze Zeug, die du in der Nähe überden kannst! Jef ist auch für die Leckerlis! Und zwar das ganze Zeug wurde. Ich habe die Leckerlis, die du hier in der Nähe überlegst! Pinz�abdruck! Tuna ist auch für die Leckerlis! Du hast die Leckerlis! Du hast die Leckerlis, das du daslege! Sammle alle Leckerlis, die du fitst. Sky hat herausgefunden, wo die Blume wächst. Nun ist es Zeit für Geheimspiel und Chase. Hilf ihm, seine Saugnäpfe einzusetzen, um die Blume zu erreichen. Super-Spion Chase, wir sollten dem Weg folgen. Mach schnell, du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit, wir sind fast da. In der Nähe gibt es einen goldenen Putenabdruck. Du hast die Leckerlis gefunden. Du hast den goldenen Putenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Mach weiter so. Die Blume für Herrn Pfeffer ist direkt dort vorne. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen musst. Gute Arbeit! Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Das ist toll! Ich erfasse einen goldenen Putenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Du hast einen goldenen Putenabdruck gefunden. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weiterbringen wird. Perfekt! Der Weg ist durch diese Felsen versperrt. Wir brauchen Rubble mit seinem Bagger, um sie aus dem Weg zu räumen. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Welche Fellfreundfähigkeit möchtest du einsetzen? Du hast es geschafft! Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Ver Wohnzimmern, wenn wir die Zeit umso quègemacht sind. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird Gute Arbeit Sammle weitere Leckerlis, die du findest Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt Gute Arbeit Wir haben die Blume gefunden und sie Herrn Pfeffer gebracht Jetzt wird Herr Pfeffer die schönste Blume auf der Blumenschau haben Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst Das ist eine Rettungseinsatz hervorhebst. Untertitelung des ZDF, 2020